Seid ihr ein bisschen aufgeregt oder hält es sich noch in Grenzen? Noch hält es sich in Grenzen. Ich glaube, wenn ihr auf den Wettkampf seid, seid das ein bisschen. Aber ich denke, das halten wir ganz gut. Wir wünschen den deutschen Teams natürlich viel Glück und euch ganz besonders. Ihr schafft das. Dankeschön. Ja, ihr seid ja gerade auf dem ersten Platz. Ihr wollt das sicher halten. Was werden wir denn in der Tür von euch geben? Burlesque. Ja, unser Glückprogramm ist Burlesque. Und ja, wir hoffen, dass wir noch immer eine Steigerung zu den anderen Wettkämpfen hinlegen können. Seid ihr ein bisschen aufgeregt oder hält es sich noch in Grenzen? Noch ein bisschen in Grenzen. Ich glaube, wenn er zum Wettkampf kommt, steigt das ein bisschen. Aber ich denke, das halten wir ganz gut. Wir wünschen den deutschen Teams natürlich viel Glück und euch ganz besonders. Ihr schafft das. Dankeschön. Ja, ihr seid ja gerade auf dem ersten Platz. Ihr wollt das sicher halten. Was werden wir denn in der Tür von euch sehen? Ja, ihr seid ja gerade auf dem ersten Platz. Ja, ihr seid ja gerade auf dem ersten Platz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020